Willkommen zur heutigen Yoga Stunde. Dies soll das Highlight deines heutigen Tages werden. Nimm dir ein paar Minuten Zeit und finde deine Ruhe mit mir. Als erstes möchte ich, dass du dich flach auf den Boden legst. Leg dich dazu auf eine weiche Unterlage auf deinen Rücken. Achte darauf, dass dein Rücken komplett den Boden berührt. Atme ein und spüre, wie deine Energie durch deinen Körper strömt. Es ist deine Energie und niemand darf sie dir nehmen. Nun werden wir durch leichtes Pendeln der Körpermitte unsere Spannungen lösen. Na, das hat doch super funktioniert. Als nächstes drehen wir uns auf den Bauch. Wir stellen uns auf die Hände und die Knie auf alle Viere und dehnen den Rücken nach oben, wie eine Katze, die einen Buckel macht. Wir atmen ein und spüren eine wohlige Wärme. Spürst du die wohlige Wärme? Die wohlige Wärme rinnt dir das Bein runter. Du hättest vorher noch mal zur Toilette gehen sollen. Du atmest aus und drückst den Rücken nach oben. Jetzt ist ja auch egal. Als nächstes stellen wir uns gerade hin. Die kosmische Energie durchströmt uns von unseren Haaren in den Sternen zu unseren Füßen im Urin. Wir strecken die Hände in den Himmel und sind fröhlich. Unsere Fingerspitzen berühren sich. Wir konzentrieren uns sehr auf unseren Kopf. Spürst du, wie deine Energie sich in deiner Kopfhaut sammelt? Es hat geklopft. Hi. Hallo. Oh, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass du Podcast aufnimmst. Das macht nichts. Das wird die beste Yogastunde seit langem. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020